Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 28. November. Heute dabei Amazon, StreamOn, Audi und Disney und fliegende Taxis. Ja, Amazon, es war ja der Cyber Monday und der Cyber Monday war jetzt offiziell der größte Verkaufstag in der Historie von Amazon. Ja, so richtig verwundert es nicht, es wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr und ja, im Gegensatz zu den Asiaten allerdings, glaube ich, ja, ist das jetzt nicht der Riesenrekord gewesen, denn Alibaba und Co. haben da, glaube ich, an einem Tag noch mehr verkauft. Die Deutsche Telekom, die hat ja Ärger mit ihrem Dienst StreamOn, das bedeutet, man kann umsonst Stream von diversen Diensten, wie zum Beispiel Spotify und YouTube, wenn man sich da angemeldet hat, denn das wurde halt im Endeffekt vom Gericht verboten. Es wird gegen die Netzneutralität verstoßen und die Telekom will dagegen vorgehen. Und entsprechend auch rechtliche Schritte weiter ausnutzen, um eine finale Entscheidung zu bekommen. Und jetzt hat sich auch noch die Bundesnetzagentur eingeschaltet und fordert direkt, dass die Deutsche Telekom bestimmte Teile von StreamOn ändert. Hauptsächlich geht es dabei um die Drossnung in bestimmten Tarifen für Video. Und da gucken wir mal, ob sie damit durchkommt. Was eventuell kommt in der Zukunft, wenn wir alle irgendwie Autos haben, die von alleine fahren und nicht wissen, was wir mit der Zeit tun sollen, das sind neue Formate, neue Inhalte und zwar unter anderem von Audi und Disney. Denn die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie an den Formaten für genau diesen Use Case arbeiten. Mehr genau haben sie ihn nicht verraten. Sie haben gesagt, es handelt sich dabei um New Media Type und sie wollen da direkt rein und den Kunden da irgendwie abgreifen. Warten wir es mal ab. Erstmal muss ja jeder so ein Auto haben. Und wenn wir schon bei selbstfahrenden Autos sind, da können wir auch mal über fliegende Taxis reden. Immer noch auch so eine Vision von vielen. Und die Vision konnte man sich jetzt zumindest einmal angucken. Denn Audi, Airbus und Italdesign haben jetzt eine Variante eines fliegenden Taxis gezeigt. Und ein entsprechendes YouTube-Video ist auch in den Shownotes, in dem Artikel verlinkt. Am Dienstag bei der Dronenwoche in Amsterdam wurde das entsprechende Taxi gezeigt und sieht halt aus wie ein fliegendes Taxi. Wie man sich sowas vorstellt, wie eine große Drohne mit einer Fahrgastkabine da drunter. Guckt es euch an, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Viel besser wäre es, wenn ihr morgen wieder zuhört. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Bleibt positiv. Und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.